So, Hallihallo, wir werden uns heute mal über Kranken- und OP-Versicherungen für den Hund unterhalten. Das ist ganz interessant, da kann man ganz viel falsch machen. Ich erkläre euch jetzt gleich mal, was wir gemacht haben. Ja, so, fangen wir mal an. Braucht man so eine Versicherung, braucht man keine? Also ich würde sagen, gerade bei einem Bulli, und es ist halt leider so, dass es da noch ein paar Generationen braucht, bis die wieder da sind, wo wir hinwollen, finde ich das schon ratsam. Jetzt ist natürlich die Frage, welche? Da gibt es ja irgendwie gefühlt wie Santa mehr, wenn man irgendwie auf Check24 geht und gibt da was ein, da kommen gefühlt Hunderte. Und das ist auch gar nicht so einfach, da irgendwie die Richtige zu finden. Wir haben uns für die Agila entschieden, die hat einen guten Ruf. Man liest es auch immer wieder in irgendwelchen Facebook-Gruppen, wenn die Frage kommt, die nicht selten kommt. Versicherung, ja, nein, welche und überhaupt, den hast du nicht gesehen. Also wir sind bei der Agila, wir zahlen 49 Euro im Monat, haben aber den exklusiven Vollschutz. Ich glaube, so schimpft sich das, ja. Also er spricht 49 Euro im Monat, das sind roundabout 600 Euro im Jahr. Und dafür bekommen wir Leistungen, Tierarztleistungen im Wert von 600 Euro, auf ein Jahr quasi begrenzt, und OP-Kosten bis 3000 Euro. Wer schon mal eine OP hatte mit seinem Hund, der weiß, wie schnell das ausgeschöpft sein kann. Und wenn es nur irgendwie eine Kastration ist oder mal ein Zahn ziehen oder irgendwas, das leppert sich sehr schnell. Und wenn es dann wirklich um eine OP, so Atemwege und sowas geht, da ist ja nach oben gefühlt irgendwie keine Grenzen. Ich habe schon die verrücktesten Preise auch in den Facebook-Gruppen gesehen. Von 700 Euro das volle Programm bis irgendwie über 4000 das volle Programm. Über die Rechtfertigung der Preise ist jetzt ein anderes Thema, da kann man sich auch wieder Stunden unterhalten wahrscheinlich. Aber ich glaube, es macht auf jeden Fall Sinn. Und wenn mal was ist, da kann auch mal 1, 2, 3 Jahre nicht viel sein. Wenn mal was ist, ist auf jeden Fall die Versicherung schon bezahlt. Zumindest bei einem einzelnen Hund. Und wenn ich jetzt irgendwie ein halbes Rudel daheim habe mit 4, 5, 6 Bullys, dann ist es wahrscheinlich günstiger. Ich lege mir jeden Monat 100 Euro auf Seite und dann kriegt es der, der es braucht, bevor ich 5 Mal eine Versicherung abschließen bin, dann roundabout 300 Euro los im Monat. Ja, das mal zu dem Thema, brauche ich eine und was haben wir so gemacht? Auch bei der Agila gibt es da natürlich unterschiedliche Verträge, also von dem ganz Kleinen. Ich glaube, die haben jetzt mittlerweile auch, also unsere Versicherung läuft ja schon 2 Jahre, fast 3. Wir haben ja im Januar, ja fast 3 Jahre. Also da gab es nur, ich glaube 39, 49 und 59 Euro. 59 Euro war dann letztendlich die Flatrate Tierarztkosten und OB-Kosten, alles komplett. So viel, wie du halt brauchst, die von 49 Euro, die wir haben, war eben gedüngelt auf 600 Euro Tierarztkosten und 3.000 Euro OB-Kosten. Und ich glaube, die Nummer kleiner waren irgendwie 500 oder 400 Euro im Monat und irgendwie 1.500 oder sowas im Jahr mit OB-Kosten. Ja, es gibt natürlich aber auch sehr viele andere Anbieter. Aber bevor ich dir erzähle, eine kleine Geschichte noch. Man muss sich ja bei der Agila registrieren und anmelden, wie man es halt bei jeder Versicherung macht. Und dafür braucht man natürlich auch ein Attest vom Arzt, dass der Hund quasi gesund ist, weil, das muss ich ja glaube, ich hätte es wirklich erwähnen oder erzählen oder erklären, das ist ja wie bei jeder anderen Versicherung, krankenversicherungstechnisch. Hast du ein Kreuzband-OP, dann ist das halt bei der Versicherung rausgenommen, weil du hast schon Vorschaden und so weiter und genauso ist beim Hund auch. Also brauchst du ein Attest, der Hund ist gesund. Ich bin zu meinem Doc, er hat dem gesagt, pass auf, du musst da was rausschreiben, dass der Hund gesund ist, ist er ja auch, dass ich brauche es für die Versicherung. Ja, und er schreibt da was auf und so weiter und ich schicke das ein. Und als erstes kam mal die Ablehnung von der Agila, weil mein Hund ist krank und er hat Atemwegsprobleme. Dann habe ich einen netten Brief zurückgeschickt, wie sie da drauf kommen. Sie haben den Hund weder gesehen, noch gehört, noch ein Bild, noch, also noch nichts. Die wissen nur, wie der heißt, und wann er geboren ist. Ja, aber das steht auch im Attest drin und zwar hat der Arzt reingeschrieben, optisches Erscheinungsbild, rassetypisch, französische Bulldogge, irgend sowas. Und anhand dessen haben die gesagt, ja guck mal, der sieht doch rassetypisch aus, also ist er krank, müssen wir dich leider ablehnen. Dann habe ich einen noch höflichen, aber nicht ganz so netten Brief zurückgeschickt, was, so nach dem Motto, was denn das soll. Nur weil ein Bulli ausschaut wie ein Bulli, ist er nicht automatisch krank. Es ging dann so zwei, dreimal hin und her, letztendlich haben sie uns dann doch genommen. Ich habe jetzt mittlerweile schon gehört, dass es auch Videokonferenzen geben soll bei der Agila, dass die den Hund mal sehen. Ich selbst habe da keine Erfahrung gemacht. Soll es wohl gegeben haben, ich weiß, meine Schwester hat jetzt ihren Bulli da versichert. Die hat einfach nur die Dokumente hingeschickt, bekam den Vertrag zurückfertigt. Also da gab es keine Videokonferenz. Also wie da der aktuelle Stand ist, weiß ich nicht. Das Ganze hier heute soll jetzt auch kein Max-Werbeding sein für die Agila oder kein, ich bin ja kein Versicherungsmakler. Also ich kann ja gar nicht sagen, geht zu der, geht zu der, geht zu der, das ist die Beste. Wollt euch einfach nur mal erklären, macht sowas Sinn, macht sowas keinen Sinn. Was haben wir gemacht? Wie sind wir damit gefahren? Wir sind damit bis jetzt sehr gut gefahren. Also wirklich anstandslos, jede Tierarztrechnung, wenn es eine Impfung ist und so weiter, schickst du ein, kommentarlos als Bild im Online-Portal, zwei Tage später hast du ja Geld, kannst du es dem Arzt überweisen oder wenn du es schon bezahlt hast, kannst du es halt einstecken. Also das funktioniert wirklich reibungslos. Bei anderen Versicherungen, ich weiß nicht, wie das ist, da auf jeden Fall nochmal der Tipp, fragt bitte wirklich nach, wenn es nicht, wenn jetzt auf Check24 geht oder was, und ihr vergleicht Versicherungen, ganz, ganz, ganz wichtig, die rassetypischen Krankheiten müssen abgedeckt sein bei der Versicherung. Wenn es das nett ist, dann ist es egal, ob die 5, 10 oder 20 Euro günstiger ist, dann bringt euch das nichts. Weil wenn ihr ein Problem habt und wenn es teuer wird, ist es wahrscheinlich bei einem Bulli irgendwo im sehr hohen zweistelligen Prozentsatz, dass es halt um die Atmung geht oder um die Bandscheiben geht oder sowas und dann ist die Versicherung halt raus und lacht sich ins Fäustchen, weil sie jahrelang jetzt Beiträge kassiert hat und muss nicht zahlen. Also da müsst ihr wirklich aufpassen. Wenn ihr euch nicht sicher seid, ruft da an. Die haben mit Sicherheit auch die ein oder andere Hotline, wo ihr nachwachen könnt. Und im Zweifelsfall lasst euch das auch schriftlich geben, dass da rassetypische Krankheiten mit dabei sind, weil jeder von uns kennt, glaube ich, Hotlines und jeder weiß von uns, wie die funktionieren und dass die einem halt manchmal auch mündlich solche Sachen sagen, die dann vielleicht nicht ganz der Wahrheit entsprechen, nur damit sie halt einen Vertrag abschließen. Ist jetzt bei mir zumindest nicht selten vorkommend, als ich dann danach da gestanden war und durfte den ganzen Mist wieder gerade biegen, weil irgendwas nicht so funktioniert hat, wie mir das verkauft wurde. Jetzt nicht nur im Versicherungsbereich, sondern auch, ich sage mal so, im Streaming-Bereich bei diversen Anbietern war das schon oft der Fall. Ja, da müsst ihr halt ein bisschen aufpassen. Vielleicht habt ihr auch, also es gibt, andere haben ja auch so einen Versicherungsvertreter, der kommt dann regelmäßig zu einem und berät einen da. Fragt da einfach mal nach. Wahrscheinlich ist es dann da auch letztendlich günstiger, wenn ihr da schon alle Versicherungen habt. Ich habe meine Haftpflicht auch bei der Agila gemacht, weil die halt das Kombi-Paket haben. Da zahle ich irgendwie 4,50 Euro im Monat und ich bin, keine Ahnung, 20 oder 30 Millionen versichert, irgend sowas, also relativ hoch. Wir haben es noch nicht gebraucht. Ich hoffe, wir brauchen es auch nicht. Also nochmal ganz kurz knapp zusammengefasst. Brauche ich eine Krankenversicherung? Brauche ich eine OP-Versicherung? Ich bin der Meinung, ja, zumindest bei ein oder zwei Hunden. Hast du vier oder fünf Hunde oder sechs Hunde, dann macht es, glaube ich, eher Sinn, dir Geld auf die Seite zu legen und dann bekommt es der Hund, der es dann halt letztendlich braucht, weil er ist ja quasi unbezahlbar. Die Preise variieren auch, je nach Rasse und je nach Alter von dem Hund. Was musst du da bezahlen monatlich? Das variiert. Ich glaube aber auch bei jeder anderen Versicherung, nicht nur bei der Agila. Haftpflicht ist noch viel wichtiger wie die Krankenversicherung von deinem Hund. Die muss auf jeden Fall auch abgeschlossen werden. Der kann was kaputt machen. Der kann ins Auto rennen. Der kann, keine Ahnung, ein Kind vom Fahrrad stoßen zum Beispiel, was weiß ich. Also da ist auf jeden Fall, da muss auf jeden Fall eine Haftpflicht her. Ich habe es gesagt, 4,50 Euro sollte eigentlich für jeden machbar sein, der einen Hund hat. Also das ist auf jeden Fall ein Muss. Ich weiß nicht, erzählt mir doch mal oder schreibt mir doch mal in die Kommentare, wie eure Erfahrungen sind. Wo seid ihr versichert? Habt ihr eine Versicherung? Wie viele Hunde habt ihr? Habt ihr alle versichert? Oder legt ihr euch auch Geld auf Seite? Oder so. Also würde mich mal interessieren, was da eure Meinung ist, was ihr für Erfahrungen habt. Ich finde es eh cool, wenn da so unter so einem Video so ein bisschen mal so eine Diskussion entsteht, dass man sich da mal austauscht und so, weil einiges vergesse ich ja doch im Video zu sagen und da kann man da nochmal nachhacken und nochmal die Info rausschicken. Also wie gesagt, dobt euch aus, schreibt es mir in die Kommentare, würde mich freuen. Auch für mich, dass ich auch so ein bisschen mehr Wissensschatz habe und ich immer nur, was heißt immer nur, nicht irgendeinen Blödsinn erzähle, weil ich es nicht besser weiß. Schreibt es mir in die Kommentare, gebt mir einen Daumen nach oben, wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, drückt den Abo-Knopf, die Klingel nicht vergessen, dann werdet ihr auch benachrichtigt, wenn es ein neues Video gibt. Ansonsten war es das von mir heute und hier. Ich wünsche euch einen schönen Tag noch und bis zum nächsten Mal. Ciao.